Okay, Daniel. Komm doch mal zu mir. Daniel Gößerich. Hallo. Du hast dich vor kurzem hier angemeldet beim Kickboxen. Warum? Weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht? Ja. Und warum ausgerechnet hier im Sogambra Fight Club? Weil es dir gefällt. Weil es dir gefällt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Kickboxen. Dankeschön.